Die Chefs sind wieder böse. Ich bin nervös. Nicolotte? Ja? Geh bitte auf Zimmer 13, auf Zimmer 17 und bringe der Dame eine Sackertochter mit extra viel Omas. Zimmer 17? Sehr, bitte gleich. Auf Zimmer 17 gehe ich besonders gerne. Da wohnt jetzt keine Daumen, da wohnt der Traumalisierung des Mannes. Pelikan, haben Sie Mama heute schon gesehen? Wie ist sie aufgelegt? Sie unterstützt die heimische Porzellanindustrie. Aufgerechnet heute wollte ich ihr alles gestehen. Der junge Herr wird auf nichts angestellt haben. Wenn Sie wüssten! Wir können Sie alles anvertrauen. Die Dame auf Zimmer 17, haben Sie sie bereits kennengelernt? Miss Marble Gibson? Muss nach Puderfest! Glaubst du denn! Ich werde mich rücken? Flauchst du denn! Ich perstrafe mich jetzt! Oh mein Schatz, mein Schatz, wahrherst du mich, schepp' dich? Niemals kannst du von mir lassen, fahre dir zu durch die Straße. Wenn du kannst, bitte, was willst du dich? Mein Schatz, dann gehst du dich, aber schon siehe. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort auf Kula-Pest. Dort hat mich alles gern, dort rufen alle Herrn. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Kula-Pest. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Kula-Pest. Ein süßes Gestir, so deck ich mir den Sinn. Im Süden, im Norden, hab ich gesehen. Viel Frauen, ja und schön. Zwar keine, nicht eine, wie ich es wollt. Applaus 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 Applaus